Der letzte Teil der Sardinienreise. Das Warten auf das Abenteuer. Signora. Signora. Am falschen Platz gewartet. Kann passieren. Aber jetzt geht's los. Das Warten auf das Abenteuer. 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 Wir gehen an Land. Die Klettermaus muss überall rauf. Die Klettermaus, die Klettermaus, die Klettermaus, die Klettermaus. Die Klettermaus muss überall rauf. Die Klettermaus muss überall rauf. Ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Hafen von Abertax Der Rote Felsen von Abertax Wir fahren zurück nach Olbia Der Rote Felsen von Abertax 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 Noch eine Pause in Orsay Der Rote Felsen von Abertax Wir好啦, pri appreciation empfehls die unsere Müllheit Und wir brauchenelingen Letzte Pause, bevor es auf die Fähre geht. Die Fähre nach Liborna. Abendessen. Am nächsten Morgen in Liborna. Am nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir fahren zuerst nach Pisa. Wir fahren nach Florenz. Wir fahren nach Pisa. 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 Wir fahren nach Pisa.